Vom 23. bis 27. Oktober fand sie statt, die Euroblech 2012 in Hannover. Die internationale Technologiemesse für Blechbearbeitung lockte über 60.000 Fachbesucher aus aller Welt. Innovative Produkte für die gesamte Fertigungskette wurden präsentiert. Wir besuchen nun den Messestand der Firma NITODENKO. Hallo Herr Frausen, schön Sie hier zu treffen auf der Euroblech 2012. Erzählen Sie uns doch kurz etwas über NITODENKO. NITODENKO ist ein japanisches Unternehmen, das weltweit aktiv ist. Die Produkte von NITODENKO sind technologieorientiert und auch marktorientiert. All die Produkte, die NITODENKO entwickelt und produziert, sind basiert auf echten Marktfragen und Stimmen überein, was der Kunde echt braucht. Und Sie präsentieren hier auch eine breite Produktpalette für PKW-Zierleisten. Wie können Sie ein paar Sätze dazu sagen? Ganz gerne. Die Produktion von PKW-Zierleisten ist ein sehr kompliziertes Prozess. Das läuft über eine breite Supply Chain und in diesen Supply Chain haben wir jeden Schritt untersucht. Und dadurch haben wir verschiedene Produkte und Entwickler, die für jeden Schritt von diesem Supply Chain übereinstimmen, sodass wir ein perfektes Produkt für den Markt abgegeben haben. Wer sind Ihre Kunden und was schätzen Sie so sehr an NITODENKO? Ein Beispiel von unseren Kunden sind Unternehmen, so wie Düsseldorf, NIROSTA, APERAM, FRANKE und alle großen deutschen Automobil-OEMs. Was diese Kunden, was unsere Kunden, unsere Partner wissen zu schätzen an uns, ist, dass wir immer Lösungen anbieten. Wie kompliziert die auch sind, wir engagieren uns immer, um eine Lösung anzubieten. Vielen herzlichen Dank. Mehr über unser Angebot erfahren Sie hier. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme. Vielen Dank. Wir freuen uns um Nachrichten.